hello 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 ein tag bevor das christkind kommt noch eine dicke 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 herzensempfehlung von mir für dich und zwar die lebensfreude lounge wir haben heute morgen wirklich ganz ganz wertvolle impulse oder die teilnehmer wir sind inzwischen übrigens 313 was für eine magische zahl darüber gesprochen über ein ganz wichtiges thema und zwar es gibt auf zellebene ist das abgespeichert eine art von von unbewusster angst die uns aber davon abhält wirklich in unsere volle größe zu gehen uns zu erlauben ich sage immer gern so die bühne des lebens zu betreten das eigene ding zu machen und wirklich durchzustarten wie genau du das loslässt darüber ging es heute morgen in der lebensfreude lounge und ein sehr 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 magisch kraftvolles ritual was du heute noch machen kannst um bestens vorbereitet zu sein fürs neue jahr und auch für die rauen nächte überhaupt die ja am 25 beginnen also dicke herzensempfehlung falls du heute morgen live nicht dabei warst oder auch noch keine zugangsdaten hast ist im dezember komplett kostenfrei noch melde dich noch an schau dir die aufzeichnungen hand von heute letzter woche und ja von also drei aufzeichnungen stehen inzwischen schon zur verfügung schaust er an und hol dir diese impulse als weihnachtsgeschenk von mir um 2023 zu deinem genialsten jahr ever zu machen link findest du gleich hier im kommentarfeld und dann sehen wir uns im internen bereich ich wünsche dir noch einen fantastischen tag bis dann ciao